Tanzen Tanzen ist unsere Leidenschaft, unser Leben, aber nicht auf Parkett, sondern auf dem Eis. Wir lieben unsere Tradition und leben unsere Zukunft. Fremden Spuren zu folgen, ist leichter, als eigene Spuren zu zeichnen. Doch wir suchen die Herausforderung und neue Gestaltungsräume. Wir wollen hoch hinaus, von Anfang an. Große Sprünge für kleine Talente. Große Sprünge für kleine Talente. Wären wir eine Manufaktur, würde man sagen, wir erschaffen Kunstwerke. Mit Hingabe, Konzentration und voller Vorfreude auf die nächste Figur. Gemeinsam setzen wir die Puzzleteile zu einem Gesamtwerk zusammen. Denn voneinander können wir mehr. Wir machen das Gewöhnliche besonders. Mit Eleganz, Kreativität und hartem Training. Und das schon seit über 60 Jahren. Unsere Leidenschaft hat den Funken entzündet und den Erfolg entfacht. Unsere Trainer waren selbstaktive Läufer und können ihre Erfahrungen weitergeben. Denn sie wissen, Selbstverwirklichung ist ein hartes Stück Arbeit. Wir stehen für Leidenschaft, Begeisterung und Disziplin. Präzision auf ganzer Linie. Wir haben uns durch unsere langjährige Tradition und Erfahrung perfektioniert. Sieben Olympiasiege, über 35 Weltmeistertitel und über 40 Europameisterschaftssiege sprechen für uns. Aber wir sind keine Manufaktur, denn wir schaffen Vertrauen und fördern Individualität. Wir kümmern uns um Details und bleiben nicht nur an der Oberfläche. Wir streben nach Erfolg, vergessen dabei aber nicht den Spaß. Wir entfalten Persönlichkeit und schaffen Einheit auf dem Eis. Träume lassen uns nach den Sternen greifen. Nein, aber wir haben uns mit truly Arbeit. 面spl'? Köncapür in Sprache. Wir sind der Chemnitzer Eislaufclub. Wir hinterlassen Spur. Zeichne deine Spur. Untertitelung des ZDF, 2020